Du bist auf der Suche nach einem neuen Headset für deine Gaming-Sessions? Dann jetzt vor dem Kauf aufgepasst! Es muss nicht immer ein Over-Ear-Headset sein. Inzwischen gibt es auch In-Ear-Kopfhörer, die speziell für das Gaming konzipiert sind. Diese bieten einige Vorteile gegenüber klassischen Headsets. Sie sind deutlich leichter, günstiger und haben einen angenehmeren Tragekomfort. Vor allem im Sommer verhinderst du so einen Hitzestau an den Uhren. Deshalb stellen wir dir die drei besten In-Ear-Gaming-Headsets in verschiedenen Preisklassen vor. Den Link zu den Produkten findest du wie immer in den Beschreibungen direkt unter dem Video. Fangen wir mit dem günstigsten Modell in unserem Vergleich an. Diese Kopfhörer sind von dem bekannten Hersteller Rocket. Das Modell Shiva High Performance ist bereits für knapp 15 Euro erhältlich. Optisch sind die Kopfhörer in blau-schwarz gehalten. Sie sind kabelgebunden und lassen sich per Klick mit dem PC oder Handy verbinden. Die Tangle-Proof-Technologie verhindert Kabelsalat. Die Verarbeitung ist gut gelungen und zeigt keine offensichtlichen Schwächen. Zu den Ausstattungen gehört eine Call-and-Play-Taste. Hier wäre eine Stumm-Taste noch wünschenswert gewesen. Allerdings ist die Audioqualität für diese niedrige Preisklasse ganz brauchbar. Wenn du auf der Suche nach den günstigsten In-Ear-Kopfhörern fürs Gaming bist, dann solltest du dir die Rocket-Kopfhörer genauer anschauen. Als etwas höherwertigere Alternative können wir dir die HyperX Earbuds empfehlen. Diese erhältst du für ca. 35 Euro. Optisch fallen sie durch ihre knallige rote Farbe auf. Auch diese Kopfhörer sind kabelgebunden, das Ohrstück verfügt allerdings über eine andere Form. Die Earbuds sind gewöhnungsbedürftig, da sie anders ins Ohr gesteckt werden, als man es wohlmöglich von Kopfhörern kennt. Wenn sie erst einmal sitzen, sind sie aber super bequem und lassen sich problemlos über mehrere Stunden tragen. Der Sound ist gut, allerdings lässt der Bass etwas zu wünschen übrig. Das Mikro ist klar und sauber, aber schwächelt beim Vergleich mit hochwertigeren Headsets. Im Großen und Ganzen erhaltet ihr hier dennoch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser Geheimtipp sind allerdings die T6-In-Ear-Kopfhörer von Black Shark. Der große Vorteil ist hier, dass ihr komplett auf ein Kabel verzichten könnt. Diese Kopfhörer laufen nämlich über Bluetooth. Und im Gegensatz zur Konkurrenz erhältst du hier eine super niedrige Latenzzeit von 0,035 Sekunden für mehr synchronisierte Spielerlebnisse. Damit stellst du beim Zocken keinen Unterschied gegenüber den kabelgebundenen Headsets fest. Weiterhin verfügen die Kopfhörer über zwei Mikrofone mit Umgebungsgeräuschunterdrückung für eine klasse Sprachqualität. Du kannst sie also auch problemlos draußen bei schlechtem Wetter tragen, da sie EPX5 wasserdicht sind. Optisch sind die Kopfhörer und die Ladebox sehr auffällig. Sie sind in schwarz gehalten mit giftgrünen Akzenten. Voll aufgeladen hält der Akku für ca. 26 Stunden Laufzeit. Durch Antippen der Kopfhörer lassen sich viele Funktionen abrufen. So könnt ihr zwischen Gaming und Musikmodus wechseln, lauter leiser stellen und Anrufe annehmen oder beenden. Auch ein Sprachassistent lässt sich aufrufen. Unsere Empfehlung als bestes In-Ear Gaming Headset unter 50 Euro. Wir hoffen euch hat das Video gefallen. Abonniert gerne unseren Kanal und lasst uns in den Kommentaren wissen, welche Erfahrungen ihr mit In-Ear Gaming Headsets gemacht habt.